Habt ihr es aufgenommen oder nicht? Ja, haben wir. Gut, ich auch. Okay. Musik. Also, wir sind zurück bei Faria. Ohne Dennis, weil wir ihn brauchen. Ja, weil er irgendwie nicht da ist und Tobi hat keinen Bock, gern vor ihm zu schreiben. Und? Wie immer. Und auf einer älter, auf einer ganz alten Welt, weil... Ja, weil Tobi einfach scheiße ist. Tobi hat vergessen, Welt runter zu laden. Weil... Auf einer Seite. Tobi hat Tobi geläftet. Na gut, bleibt draußen. Weil der Server irgendwie die Welt nicht runterladen wollte. Ja, genau. Ich auch sagen. Und das ist einfach zu Mongo-haft. Katherine ist weg. Katherine! Katherine! Mama! Jetzt haben wir keine Heilere mehr. Die so gut deutsch spreche ich konnte... Warum luftest du doch alles in einer Tasche, oder? Nein, das hab ich alles in die Kisten gepackt, die oben standen. Die konnte doch so mega gut deutsch spreche ich... Ja! Okay. Ihr baut Webstuhl nicht die Höhle-Tour. Höhle-Tour, Alter. Ja, für den Webstuhl brauchen wir aber erstmal wieder. Okay, komm, komm, wir gehen in den Höhlen. Wir brauchen... Wir brauchen Faden. Okay, komm, wir gehen in den Höhlen. Ich bin in den Webend. Okay, wir gehen in den Höhlen. Wir bauen Höhlen. Wir bauen Höhlen. Ich hab Schaden bekommen. Wir bauen hier runter Höhlen. Wo bist du denn? Hier. Du bist ein Blau, oder? Ja. Ich leide deinen Namen nicht. Ähm, bei uns... Du bist nicht ein Blau. Du bist ein Blau. Du bist ein Blau, Nils. Gott, bist du dumm, ja? Hier bin ich. Ich seh's. Das ist so ein Vogel, ne Michi? Das gibt's gar nicht. Wo denn? Ich finde den Vogel will ich auch sehen. Da fliegt er. Ja. LOL. LOL Michi, was geht bei dir ab? LOL. Okay, ich wollte zurück-teleportieren. Und wieder. Wir sind jetzt wieder so richtig gegen-teleportieren. Äh, ja, jetzt war's. Rayman-Brock, sehr gut. Bei Terraria? Okay. Okay. Warum was weiß? Oh, Kacki, ist Michi's PC. Und? Schon wieder? Gib mir mal mit dem PC ab. Okay, ich mach rechts, hier links. Äh, und an der Mitte. Okay. Nicht in der Mitte. Dreimalbruch. Was geht denn jetzt ab, hier? Äh... Und Spaß, ich mach grad für jeden von euch. Und? Und wieder Frame-Anbruch? Okay. Alles klar. Warum? Ach nee, warum? Ja, warum? Da ist ne Höhle. Da waren wir schon drinnen. Sicher? Fackeln. Und wieder Frame-Anbruch. Und Spaß, ey. Dein PC ist kacke, jetzt mach ich doch. Und wieder. Und wieder Frame-Anbruch. Links in die Höhle? Ne, einfach weiter runter. Einfach weiter runter. Einfach weiter runter. Okay. Und wieder Frame-Anbruch. Na cool, Eisen. Eisen. Aua. Aua. Und wieder Frame-Anbruch. Toll. Und was? Alter Tobi, mach dein Fenster zu. Nicht ich. Ich nicht, Nils. Ja, gut, dann Nils. Ich hab extra einen Ventilator erst, jener mich das Fenster nicht aufmachen muss. Aua. Ich kann mein Fenster nicht zumachen. Dann sterbe ich vor Wärmen. Doch, wegen der Alergy. Auch ja. Aua. Alter, wieso ich denn so scheiße wäre mir. Matsche. Oh. Tobi. Wie bist du das wohl mit Händen? Weil er einfach Tobi ist. Doch, Fragen. Ja. Ähm. Ähm. Alter, jetzt hab ich meine Goldspitzhacke nicht mehr. Willst du mich verarschen, Tobi? Äh, du hattest nicht die Goldspitzhacke. Doch, hatte. Ich lass die Folge, am Ende. War die in der Truhe? Nein, glaub ich nicht. Ja, aber dann müsstest du die noch haben. Hab ich nicht. Ja, ich hab meine Goldspitzhacke auch noch die letztes gemacht. Ab in der letzten Folge. Kupferspitzhacke... Oh, ich hab meine Eisenspitzhacke gemacht. Die hab ich jetzt auch. Pfff. Ah, ja. Doch. Ne, ich hab nur Kupfersachen. Obwohl ich letzte... Ne, ich hab einen Silberhammer, aber nur eine Kupferspitzhacke. Leute, ich hab einen Kupferhammer. Ah, oder? Es ist Kupfer. Kupfer. Ja, Kupfer. Standard. Ne, Quatsch. Holz ist Standard. Da drüben Eisen. Geht's ja aus. Ne, Silberhammer. Geil. Silber wertvoller als Eisen? Äh. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wertvoll. Wieso kann ich nichts einsammeln von der Scheiße? Da drüben ist mein Inventar. Silbervoll. Ist doch Scheiße. Maggi. Was wird dir? Hier krieg ich einen Nachtduellentrank. Viel Spaß. Ja, ich will einen Nachtduellentrank. Ja, liegt da oben. Erstmal einen Bogen wegschmeißen. Was bringt der? Einen Bogen. Der Nachtduellentrank. Achso, keine Ahnung. Erhöhte Nachtsicht. Oh, heftig. Ja, geh ich nicht rein. Das ist aber was cooles. Mhm. Der Laut, der Tod. So. Alter, wieso hab ich denn so Framemeinbrüche, ey? Weil du's kannst. Genau. Voll OP, ey. Ja, bin ich auch. Links zu der Qualle? Ist schon wieder. Genau, wir wollen verrecken. Ja klar, wer will das? Wer will das nicht? Eben. Oh. Jetzt mach doch mal... Wollt ihr jetzt wirklich zur Qualle gehen? Mir ist das egal. Vielleicht ist da eine größere Höhle. Echt? Au. Ja, da ist kein... Hier waren wir eigentlich schon überall. Hm, na, na, na. Oh, ah! Alter! Weißt du, die Autos nicht? Doch, das wird so... Nee, heute ist nicht. Bei uns nicht. Oh, na ja... Hm, ja. Schön ins Wasser reingraben, ja. Super. Ups. 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 Pass. Oh, oh. Ich glaub's mal ein bisschen weiter. Uh! Das ist ein Alien. Das ist ein Alien. Das ist ein Alien. Ein Alien. Ein Alien. Alien-tastisch. Oh, ich hab nur noch acht Leben. Wo geht's hier hin? Also diese Frame-Einbrüche geben wir auf die Nerven. Nee, ich glaub... Komm wir wieder weiter nach oben? Dann haben wir wenigstens geraden Gang und schon. Da können wir fallen. Oh! Nein, können wir nicht. Michi, mach Licht an. Ja, nicht. Ja, warte. Muss das meine... Meine... Tobi? Ja? Ich hab meine Leuchtstäbe nicht mehr. Verbraucht? Dafür bist du schuld. Ja, verbraucht. Wenn... Wenn das nicht lädt, ey. Schau so verbraucht. Ja, ja. Tobi ist ein... Oh, ja. Zack, schlau. Ich hab eine Augeabwischstatue. Oh, geil! Die hast du letzte Mal abgebaut. Ja, hab ich. Nee, hast du nicht. Doch, hab ich. Na, jetzt komm ich dann nicht mehr hoch. Achso, wo wollen wir denn hin? Ich komm schon nach unten, warte. Oh, schau scheiße. Hier unten geht's aber nicht weiter. Ja, deswegen brauchen wir uns weiter nach unten. Ja, hier unten geht's aber nicht weiter. Ich hab ein Schäbchen. Schäbchen auf Leucht. Geht's nicht hoch. Oh. Toll. Ah, Frame-Einbruch. Oh, ich hab auch einen Frame-Einbruch gehabt gerade. Ja, ich andauernd. Brauch's noch. Können wir weitermachen? Ja. Ja, mit der Frame-Einbruch vorbei ist jetzt. Oh. Achso, ich bin der andere Seite, ne? Die Mitte. Sehr gut, Michi. Sehr gut, Michi. Ich sag mal mit der Mitte. Lol. Ähm, ich kann nicht... Oh, lol. Ich kann irgendwie nichts abbauen. Was soll die Scheiße? Oh. Oh. Liegt gleich da ran. Ja. 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 Ich brauch keine Bergbau-Hosen. Ach, mach scheiß drauf, ey. Ach, Alter, weil ich hier die Scheiße ziehe bitte ab. Was? Hey, Tobi. Was ist denn bei dir, Michi? Ja, du Scheiße. Doch. Ich schaffe Scheiße. Und du hast ja gerade ganze Steine rausgeworfen bei sich. Weiß ich nicht. Alter, wieso habe ich jetzt 250 Steine im Inventor? Was soll denn die Kacke? Ich muss mehr wegwerfen. Alter. Das noch. Ein Herz. Dann noch das hier. Hm, was kann ich noch wegwerfen? Oh. Freimeinbruch. Mal was Neues. Was ist das hier? Pfeilfalle. Räderschutzrank. Mehr Stein. Brauche ich nicht. Ich werde sterben. Dreck brauche ich nicht. Ähm. Ich hab noch Seide. Kommt ihr? Boah, das ist knapp. Wohin denn? Oh, da runter. Ich habe mit 30 Leben überlebt. Danke. Gut, dass ihr das Herz gefressen habt, sonst wäre ich jetzt tot. Was war das denn? Oh. Oh. Wenn der Wiese wechselt, tut mein Inventor von alleine. Was soll denn die Kacke? Ja, frag mich doch nicht. Aber ich hab dich gefragt. Sehr gut. Scheinbar. Ja, Michi, das ist doch nichts. Mit Luft. Oder auch ein Wieswort wird. Hier ist Luft. Ah, Luft. Du hast ja in der Station ab. Dum 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 dum. Scheiße. Wir haben dich gerade ausgebaut. Deine Schuld. Ehrlich nicht? Nein, da ist ein Teil, da ist nur zwei ja oder so. Oh, die Scheiße. Hier ist keine Luft. Oh Gott! Luft! Ich bin gleich tot. Tschüss! Ich will jetzt leben. Ich will jetzt leben. Ich will Luft? Gar nicht. Geil. Doch, da war Luft. Hab nach oben. Mann, schon wieder! Schau, scheiße, Tobi. Ich bin tot. Ja, Luft! Tschüss. Ciao. So, Heiltrank. Erstmal einen Heiltrank trinken. Machst du da, Tobi. Alter, meine Mom. Aufnahme wieder kaputt. Hä? Aufnahme wieder kaputt. Die verpiept sich das nicht raus. Was meinte die denn? Tobi, es ist fertig. Lol. Was meinte die denn? Ja, gib mal Telefon. Gib mal Telefon. Ja, weil mein Telefon hier im Zimmer lag. Oh, Tobi. Lol, wir haben nicht ganz gerade nach unten gebaut. Hab ich doch gesagt! Wieso sagst du sowas? Weil er tot heißt. Ich kann keine Fallen platzieren, weil hier... ...Warta ist. Weil er am Bad heißt. Warta... Loll! Ich brauche... Ähm, ja. Wieso tötet mich jetzt was, finde ich nicht so nett. Loll. Ich finde es nicht so nett. Alter, dieser Dreckswurm. So. Ähm, hat einen von euch Leuchtstäbel? Klar, woher denn? Was? Was braucht man dafür? Nicht hier! Da unten, Tobi. Komm mit! Tobi! Ja, ich bin dabei! Jetzt wirft man eigentlich nicht die ganzen Steine rund. Da. Mein Noob. Kannst nix. Au, ist ja kacke. Wann kommt eigentlich jetzt die Standalone-Version raus? Ich sieh! Sollte eigentlich im Juni kommen. Ich bitte darf. Wann? Im Juni? Ja. Also, diesem Monat. Ja, im Juni. Gott, gib mir Schatz. Luft. Oh, das ist nur steinische Scheiße. Und schaust, wie viel Silber ist da! Wo? Moa! Hier! Ja, Mama! Michi geht's nicht direkt snacken. Natürlich. Wieso denn nicht? Die scheiß Höhle ist schon wieder vollgelaufen, ey. Ah, Stein. Oh, ist acht Leben noch! Hu! Da war ne Fleder. Da war ne Fleder, Maus. Da war ne Fleder. Da war ne Fleder, Maus. Ah, wo geht's... Wo geht's her? Unten? Äh, nicht sehr weit weg von unserem Haus.